Hey, hey, hey! Alles gut, wir sind gleich da, ha? Mir gefällt der Fosti, ne? Wie gesagt, es tut mir leid, aber ich geh die wovon sich an. Oh, mir gefällt's ja. Kann man sie mieten? Wenn die auf mich zukommt, ich erschieße die. Ähm, wieder. Lass das mal ganz sein, ja? Oh, kein Schusswaffengebrauch im Auto, ich sag's dir. Und zwar nur einmal. Brauchst du mich gar nicht so angucken. Aber wenn die Spinne auf mich zukrabbelt, ich erschieße die. Kein Schusswaffen! Oh! Aua! Jetzt ist die Spinne auch weg. Was ist denn los mit euch? Oh, apropos Jimmy, du krieg glaub ich noch ein Geld für ein Tor. Naja, machen wir dann was. Wunderbar. Mach das jetzt, dann kann er sich den scheiß Waffenschein holen. Bis gleich, Warto. Irgendjemand kriegt auch noch ein bisschen Geld. Passt das nicht. Dann gib's einfach mir, ich brauch einen Waffenschein. Warto, geh jetzt! Halt die Fresse! Digga, du bist seit seit nicht wieviel Wochen dabei! Und du hast noch nicht mal einen scheiß Waffenschein! Ja man, er bringt's auf den Punkt. Das ist richtig. Ganz ruhig. Halt deinen Maul und beworben... Ey, Digga! Das kann nicht dein scheiß Ernst sein! Sieh jetzt ab! Ich bin schon weg. Du bist immer noch hier! Er hat immer noch keine Kassierte. Warto. Ich bin nur ein Illusion. Okay, okay, ihr Pisser! Du schlägst immer noch wie ein Mädchen. Mit wunderschön goldenen Löckchen. Ich hab den von dieser Mia Summer bekommen. Und dann wurde ich irgendwann... Ah, das ist diese Mia Summer. Genau. Oh, s***... Au! Oh! Du, Teufel stimmt nicht mit! Eiei! Was ist jeder, wie doof kann man sein, Bruder? Eiei! Da muss ich echt noch sagen, dass er sich anschneiden sollst und die Tür vernünftig zum machst. Du musst schon richtig ziehen an der Tür damit die zu ist, he? Eieiei. Eieiei. Hier nochmal eine Flasche Wasser. Ehrlich, mach mal den Dreck raus aus der Wunde, Alter. Wie macht den Autodreck? Und safte mir nicht alles in mein Auto, Alter. Der war zwar umsonst, aber das heißt nicht, dass du den versauen kannst. Oh, Scheiße. Ja, Dummheit muss manchmal bestraft werden, oder? Ich würde dir gerne wieder auf die Fresse... Oh, ich muss da ein paar... Ich habe zum Glück von Guba einen provisorischen Verband bekommen. Hast du ihm gesagt, dass er 1080 Tagesetze bekommt? 1080? Was zum Teufel? Ah, du kommst für Fulladene Knister. Hahaha! Das ist... Oh Gott! Ich sterbe! Bitte nicht! Hast du noch was anderes mehr? Später ohne Klamotten, ne? Klar, aber das ist eigentlich nicht von der Offenlichkeit, ne? Warum? Weil das ist ein Anregen. Anregen? Aha! Also so, dass man brechen muss, oder wie meinst du? Hm... Untenrum brechen, genau! Also durchfahren? Ja! Hui! Ihr habt Gesprächsthemen. Ich weiß auch nicht, was mit Maja los ist. Ich weiß auch nicht, was mit Maja los ist. Vielleicht steht Maja auch so kranken Scheiße. Wohl! Das finde ich kacke! Ohpala! Oh, oh, oh! Oh, warte! Was war denn das? Ganz ruhig, Jimmy! Das war doch nur ein Kratzer! Beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich! Alles gut? Das reicht mir! Ohne Scheiß, Mann! Warum gehst du so aggressiv? Nimmst mich jetzt in deine Scheißarme! Umarme ich! Los! Okay, Mann! Okay, Mann! Gib mir einen Kuss! Du gibst mir sofort einen Kuss! Felsner! Haha! Übertreibst nicht, Amigo! Oh Mann, Alter! Ich hab gedacht, du schlitzt mich auf, weil du kamst so aggressiv angelaufen von dort! Das ist eine Tarnung, ja! Jimmy! Du siehst so kräftig aus, wenn du fährst! Hörf nicht damit! Warte auf! Au! 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 Du bist so ein Vollidiot! Was stimmt eigentlich nicht mit dir? Ich hab mal gehört, dass Leute, die sowas sagen, immer die Schlimmsten sind. No, no, no! Katie ist wirklich den allerliebsten! Ja, ich sag ja sowas auch nicht von mir! Na, ich sag das ja! Weil's stimmt! Vito, Stille Wasser sind tief, das musst du dir merken! Ah, okay! Hey, die ist ganz flach! Uff! Vito, das war's! Suboptima! Oh, oh Gott, no! So meinte ich das gar nicht! Ja, schwierig! Das sind nicht flach, das sieht man sofort! Ach so! Komm mit! Ardung, Entschuldigung, ich muss da mal durch! Vorsicht, Stuhl! Warte, 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 warte! Ardung! Tschuldigung! Ich muss, ich muss da durch! Alter! Alter! Alter, Alter! Komm schon! Ich hab' ich jetzt für 90 verkauft! Hey, ich bin zu breit! Hallo, du bin 1! Was geht ab? Hey Klotzkopf was geht ab? Ola Montel Ola Aieiei Entschuldigung Du machst den Patsch Guck mal Du nimmst einen flachen Hand Und dann Patsch Aua 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 Gibt's doch nicht Da muss doch irgendwie da hoch kommen Aua Vollidiot Hey Maja Kannst du ein Foto von mir machen? Von oben oder von wo? Aus den schönsten Positionen Den kannst du finden Du musst meinen Schokoladenseite einfangen Wie ich hier angestrengt habe Das ist alles? So bekomme ich dich nass? Einfach sagen mach ein Foto von mir Wow Wow Völlig falsch an die Sache rangegangen So sag mal Weltsfleisch 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 Wie hattest du noch gekauft bevor du krank geworden bist ne? Aha Ja Oh Aieiei Scheiße Was machst du? Eidige Scheiße Wie ist das denn passiert? Puh ein Glück bin ich angeschnallt Sonst würde ich jetzt mit dem Arsch in deinem Gesicht sitzen wahrscheinlich Okay Vielleicht lassen wir das lieber Ja Zumindest während der Fahrt Das wär gut Ja okay wollt ihr jetzt angeln? No Nein Also nicht nach Fischen Was macht ihr denn da hier? Ja Hey Senorita Möchtest du mein Oberteil ausziehen? Tja No Oh Und meinen Hof Ja Werden wir jetzt den ganzen Abend hier im Tunnel verbringen? Den ganzen Abend? Wir leben ab jetzt hier Achso Achso Soll ich euch ein Zelt kaufen? Das wär gut Scheißen und pissen nur da hinten in die Ecke Aha Und dann bitte ein Loch graben Reinscheißen Und wieder zukippen Okay Oh was ist wenn ich Budel aus Versehen ein altes Loch wieder auf? Darüber hab ich doch gar nicht nachgedacht Ja genau so wird wirklich in die Scheiße gegriffen Schon dass du das ansprichst Ja Vielleicht sollten wir das nochmal genauer überdenken Wir brauchen ein besseres System Wir können ein Fähnchen reinstecken Was heißt ein Fähnchen? Ja Kannst du ein paar Fahnen besorgen? Ich bin kein Mexikaner Was? Was passiert denn so? Kein Mexikaner Und trotzdem ich sag den Ola Okay Sagt man das halt so? Das sagt man so Si 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 Genau Wo kommst denn du her? Ah Ich komm aus dem Bauch meiner Mama Okay Cool In welchem Land? In welchem Land? Ha? Das spielt doch gar keine Rolle, ne? Ha? Bauch ist Bauch, Tore Ja Siis Ha? Nein Bauch von Mama ist ein anderer Bauch als Bauch von Papa Eiei Eiei Warte denn Das weiß das Ah ok See Wie 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 war das nochmal mit dem Bauch? War ein schöner Bauch Hab mich wohl gefühlt Ah Der Bauch von der Mama ist ein anderer Bauch als von der Papa Das will ich hoffen Wie war das denn? Ich hab keine Ahnung Pinke immer hier hinten in die Flasche Einige Scheiße Wo kommst du denn her? Jo Einfach weiterfahren ist ja gut Hä? Wo kommen die denn her? Ich steh schon bevor ihr eingestiegen seid da Was? Das kann nicht sein Ja Das stimmt nicht Scheiße Mädchen du musst mehr essen, he? Du musst mal zur Seite gehen Der hat dich nicht gesehen Du stand seitlich zu dem, he? Eiei, du musst echt mehr essen, he? Ja Hä? Si Der erste Typ will immer sagen, ich soll mehr essen Ok Das ist nett gemacht Alles ok bei dir? Ja alles gut, alles gut Entschuldigung, he? Ich lad dich mal zum Essen ein Aber nicht heute, ich hab keine Zeit mehr Beim nächsten anfangen, ich schwörs Ok, gut Ok Dann stell ich mir das nächste Mal vor dein Auto Wunderbar Ok Dann gehts ruckzuck ins bessere Restaurant Was kannst du dir vorstellen, he? Eiei Eiei Ich hab den echt nicht gesehen Die hat dir quasi gerade ein Date angeboten Der hat gesagt, sie wirft sich vor dein Auto Mhm Stop playing This song it makes me high I hear myself singing I'm feeling so alive Bye 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 Hahaha Hahaha Bye Bye